Norddeutscher Rundfunk 2021 Hey, ich bin die Chang, bin 15 und komme aus der Nähe von Trier. Zähle nicht vergessen. In meiner Freizeit macht mein Freund und ich Lasertag Beliebnis. Bei Lasertag geht es um Teamplay, um Fairplay und um Geschick. Es macht außerdem noch sehr viel Spaß. Die Mädchen der WG sollten auf jeden Fall witzig sein. Sie sollten offen sein und es wäre ganz gut, wenn man zusammen lachen könnte. Ich fange einfach an zu zeichnen, ohne nachzudenken. Am Ende sind es meistens Gesichter, abstrakte Gesichter. Insgesamt möchte ich einfach irgendwas produzieren, kreieren, um den Kopf freizukommen. Machst du das? Ich mach das doch. Die Toilettenschüssel meinst du? Ja, die Toilettenschüssel. Chang hat einen starken Willen und wenn die was machen will, dann macht sie es auch. Und ich glaube, Chang wäre auch eine der Autoritätspersonen in der WG. Ich hatte in der Vergangenheit noch keine Urlaubserfahrung ohne Eltern oder überhaupt ohne irgendeine erwachsene Person. Und ich glaube, deswegen wird das ganz spannend. Tschüss. Tschüss.